Wieso hat das Osmanische Reich so viel verloren, dass es von einem Großreich zu einem unterentwickelten und zerfallenen Staat wurde? Der Hauptgrund dafür war, dass das Osmanische Reich sehr veraltet in Sachen Militär und Industrialisierung war. Das Osmanische Reich hing in den alten Strukturen fest. Sie stellten zu spät fest, dass die Armee modernisiert werden muss. Das erkannten auch die fortschrittlichen Nachbarstaaten wie Österreich, Ungarn und Russland, die sich an osmanischen Territorien bedienten. Zu der Zeit wurde das Osmanische Reich der kranke Mann am Bosporus genannt. Das war's mit dem Video, liked, abonniert und habt einen schönen Tag.